Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video. Und heute schauen wir uns natürlich an, was bringt dir nochmal der Juni mit. Wir schauen heute aufs Horoskop vom 2. Juni ganz genau mit ein paar spannenden Konstellationen. Und ich möchte aber starten mit einem sehr persönlichen Horoskop, nämlich meinem eigenen. Und zwar mit einem ganz bestimmten Tag. Und zwar, das war der 18. Mai, also letztes Monat, 18. Mai. Ich mache das Video erst jetzt. Ich bin erst jetzt dazugekommen. Darum erzähle ich dir jetzt auch davon. Wollte aber schon länger ein Video machen. Und wenn du dir das anschaust, was ich da für Transite auf meinem Horoskop habe, dann fallen dir vielleicht mal wirklich diese ganz, ganz vielen roten Linien auf. Also diese fast wie ein Pfeil, der da raufschießt auf meine Sonne. Und dieser wunderbare rote Pfeil ergibt sich aus dem Planeten Mars und Pluto, die je ein Quadrat zu meiner Sonne gemacht haben, und einer Opposition vom Jupiter, der quasi so den Pfeil in den Bogen legt, wenn man es so sehen möchte. Jetzt ist das natürlich eine ganz, ganz angespannte Konstellation. Und ich möchte dir erzählen, wie habe ich es denn erlebt? Denn das Interessante an der Astrologie ist ja natürlich auch, wie wird denn das, wie kommt das in die Materie, wie übersetzt sich denn das? Wie kann man sich das vorstellen, diese planetare Symbolik, mit der wir da arbeiten und von der wir da reden, wie sich das in deinem konkreten Leben auch manifestiert? Und an diesem Tag, ich blende es dir noch einmal ein, du siehst, wir haben Pluto und Mars, und die bilden richtig zwei, also zwei so Quadrate auf meine Sonne. Quadrat ist immer ein Spannungsaspekt und Opposition ist auch so ein Spannungsaspekt. Darum sind die Linien da auch rot eingezeichnet. Das heißt, da ist immer so eine gewisse Energie da. Was ist mir passiert an diesem Tag? Das ist jetzt auf den ersten Blick jetzt einmal nichts großartig Aufregendes. Ich bin nach Deutschland gefahren, habe meine Tochter abgeholt, aber was ist auf dieser Fahrt passiert? Und das ist jetzt das Interessante und das spiegelt meines Erachtens nach diese astrologische Symbolik sehr gut wider. Erstens einmal ganz, ganz massiv viele, beinahe Unfälle, Hupereien, gefährliche Autofahrereien, gefährliche Manöver habe ich da erlebt. Das war immer das Erste. Das Zweite war, ich habe noch nie so viele verendete Tiere, so viele Aas auf der Straße gesehen. Und zwar, also das hat wirklich ausgeschaut, als wäre man über einen Zoo gefahren. Verschiedenste Vögel, Igel, Füchse, also wirklich die Palette Katzen. Was da rumgelegen ist, sowohl auf der Autobahn als auch dann auf Bundesstraßen, also das war gigantisch. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und das ist meines Erachtens nach so eine Manifestation auch von Pluto, der ja auch natürlich für Transformation, für Stirb und Werde steht oder auch dann auf den Tod stehen kann. Und dieser Pluto, da komme ich dann später noch drauf zu sprechen, steht ja schon wieder so, der ist ja schon wieder auf dem Weg zurück vom Wassermann, wo er freier wird, zurück in den Pluto, wo er ja eine ganz andere Gewichtung hat, eine ganz andere Qualität hat, also weg von der Luft, wieder zurück in diese Erdenergie rein. Und für mich ist das wirklich wie so ein Schwellengang des Pluto, wo man sagt, okay, da ist etwas verändert, es ist noch nicht ganz weg, aber es ist auch nicht mehr da. Und das passt für mich zum Aas eigentlich recht gut. Das heißt jetzt nicht bitte, dass die Grenze Steinbock-Wassermann unbedingt mit dem Aas zu tun hat, aber so könnte ich es übersetzen, oder so könnte man das übersetzen. Also passt für mich recht gut. Und der Mars natürlich auch, das ist ja auch schon diese Energie, da will ja was, da ist was in Bewegung, da rührt sich was, da ist eine gewisse Aggression dann auch da, mit einem Quadratabstand. Und dieser Mars macht ja auch ein Quadrat zu meinem Mars, weil der da oben bei der Sonne steht. Und Mars, Mars ist auch wirklich so eine sehr energetische Spannung, da kann man auch selber sehr geladen sein. Wobei ich sagen muss, dass ich da eigentlich relativ gut drauf war, was ich mich, ich habe mich nur gewundert, weil sowohl auf der Hinfahrt, als auch auf der Rückfahrt eben massiv viel verendete Tiere. Was mir auch aufgefallen ist, weil das war ja, ich denke da waren Feiertag und Start in ein längeres Wochenende. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass auf der gegenüberliegenden Seite, also wie ich Richtung Deutschland gefahren bin, ein massiver Stau war. Also da war ein riesiges Stau vorkommen, das sich aber dann aufgelöst hat. Also ich bin ohne Stau dann durchgefahren. Also das waren so Erlebnisse auf diesem Trip. Und der Jupiter, der ja da in Opposition steht, das bedeutet für mich einfach auch so dieses Reisen, dieses, dieses, ja, wieder so ein bisschen die Grenzen, über die Grenzen drüber gehen. Und der schießt ja auch eben genau da auf meine Sonne hin und auch eine Opposition zu meinem Uranus. Da habe ich einfach ein paar Planeten drauf. Und Jupiter, Uranus, Opposition bedeutet ja im Prinzip auch noch einmal so ein bisschen dieses, vielleicht zu schnell, zu wild, dieses, dieses wilde Fahren. Was mir da einfach in der Opposition, gegenüber, Oppositionen begegnen einem immer. Deshalb habe ich das auch im Außen gehabt. Und, und ich habe dir das jetzt einfach gezeigt, weil wir ja immer wieder hören von diesem, ah, ein spannendes Quadrat mit Pluto und oh, und da tut sich dieses und jenes. Und ich möchte das einfach einmal erben, weil letzten Endes alles Astrologie ist. Das heißt auch ein verendeter Vogel vor deiner Haustür ist ein astrologisches Ereignis und sollte man eigentlich auch sehen können in deinem Radix auf irgendeine Art und Weise. Oder, oder Kleinigkeiten, einen schönen Besuch bei Freunden, einen angenehmen Kaffee, den du trinkst. All das kannst du ins Konkrete übersetzen. Und Astrologie soll ja auch erlebbar und erlebbar sein. Also das sind ja nicht immer so diese, diese Riesendramen, diese, diese großen, mondanen Ereignisse, von denen sehr oft auf YouTube gesprochen wird, sondern es ist letzten Endes dein Leben. Astrologie ist deine Lebensenergie, ist ein Schlüssel für dein Leben. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, ins nächste rein. Und zwar habe ich da noch ein Horoskop vorbereitet und das ist der 2. Juni. Und was ich dir schon gesagt habe, ist ja eben, der Pluto kehrt jetzt langsam, langsam im Laufe von Juni wieder zurück in Steinmetz, Steinbock von Wassermann. Und ich weiß jetzt nicht, wie du das empfunden hast, dass Pluto in den Wassermann gegangen ist. Was ist dir da so aufgefallen? So die letzte, die letzte Zeit. Hast du da eine Veränderung gemerkt? Ich, ich kann es ja nicht sagen. Ich kann nur sagen, es war für mich extrem viel zu tun. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich hatte viele Aufgaben, vieles zu erledigen, was, was, was eigentlich permanent läuft. Also vielleicht, das konnte ich vielleicht wahrnehmen, aber ich kann es nicht genau festmachen. Ich bin gespannt, was du gemerkt hast. Jetzt Pluto Wassermann und der kommt zurück in den Steinbock. Und ich habe schon mal ein Video gemacht, Pluto, Pluto Steinbock, weil 2008, wie der das erste Mal ins Steinbock-Zeichen reingewandert ist, hatten wir natürlich den Bankencrash, die, die US-Bankenkrise, die sich dann ausgeweitet hat, natürlich auch ein paar Jahre später, nach Europa. Und wir haben es ja erlebt, am Ende von Saturn, und wie gesagt, ich habe das in dem Video schon gesagt, haben wir auch wieder Banken, die gecrashed sind. Also wie Pluto wieder raus ist, hatten wir diese Credit Suisse, hatten wir diese Silicon Valley Bank, denke ich war es, und noch welche, wo es einfach gerauscht hat bei den Banken und wo sich das also wiederholt hat. Und mit diesem zurückläufigen Pluto, der da wieder reingeht in Steinbock, da geht es noch einmal um die Wandlung des Fixen, des Stirb und Werde von alten Systemen, von alten Traditionen. Und das flammt jetzt noch einmal auf, bis natürlich dann Ende 2024, wo er dann endgültig in den Wassermann geht und wo dann natürlich auch eine neue Dynamik, ein neues Zeitalter beginnt. Also da werden wir sicher noch einiges hören von dieser Seite. Also ich bin davon überzeugt, dass sich da im Finanzwesen noch einiges tun wird. Natürlich auch verstärkt durch den Uranus im Stier, wo ich ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen habe. Ja, wo wir eine schöne Zeit haben, ist für die Venus, also ist natürlich für die Liebe. Da kann man sagen, okay, die Venus ist schön bestrahlt mit einem Trigon von Neptun, also von den Träumen, die, das heißt, wir haben den Liebestraum, die macht das ein bisschen weicher und öffnet wieder für die Gefühle, vielleicht einen neuen Flirt, eine neue Romanze oder tiefere Gefühle vielleicht auch für den Partner wieder entwickeln. also das ist eine ganz, ganz gute Zeit, auf jeden Fall dafür und wir haben auf der Venus auch noch drauf eine Opposition zu Pluto und der Pluto steht ja auch für die fixe Verbindung, das heißt, wir haben da eine Opposition, Venus, fixe Verbindung und das ist so die Transformation deiner Beziehung, also wenn du in einer Ehe bist, kann es sein, dass sich da jetzt Lösungsprozesse beziehungsweise Transformationsprozesse ergeben, ein Umdenken in der Beziehung stattfindet oder stattfinden soll, vielleicht auch ein neuer Zugang zur Beziehung. Also es ist natürlich jetzt eine gewisse aufgeladene Zeit da für Paare und auch für die neue Liebe, die in dieser Zeit ganz gut, denke ich, aspektiert ist, wo man auch wen kennenlernen kann, wo man flirten kann und wo sich da auch was tut. Aufpassen bitte beim Bedienen von Maschinen, bei Reisen, wir haben eine Uranus-Merkur-Konjunktion Konjunktion im Stier, das heißt natürlich, das sind die Maschinen, da kann sich, da kann, da kann was kaputt werden, nicht zu schnell fahren, also da bitte einfach Acht geben, also da haben wir einfach eine Konstellation drauf, die, auf die geachtet werden sollte, so im Juni. Wir haben auch den Jupiter, der ja in das Stierzeichen reingegangen ist und da wurde ja auch schon viel berichtet, Jupiter geht in den Stier und Hurra, alles ist schön und ist offen. Ich war ja da noch etwas schaumgebremst und bin noch immer nicht so überzeugt davon, dass der Jupiter im Stier immer das Beste ist, aber natürlich kann man sagen, Glücksplanet, Glücksplanet in der Materie, das heißt, es wird etwas besser, es wird etwas leichter. Auch zum Jupiter im Stier haben wir ein Pluto-Quadrat und das bedeutet für mich Vorsicht vor leichtem Geld, schnellen Chancen oder das Sprichwort ein bisschen ernst nehmen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und da bitte ein bisschen achtsam sein, denn diese Konstellation lädt schon dazu ein, vor vielleicht zu riskanten Investitionen oder wo man denkt, ich setze jetzt viel auf eine Karte, also da würde ich einfach im Juni auch aufpassen und da ein bisschen vorsichtiger sein, beziehungsweise, wenn ich ein tolles Angebot bekomme, das auch genauer prüfen und auch genauer abwägen. Also da bitte ein bisschen achtsam sein, denn das ist so eine Konstellation, wo man ein bisschen drauf schauen muss. Wir haben auch noch ein Saturn-Quadrat zur Sonne, das heißt, da ist die Lebensenergie so ein bisschen eingebremst, also man kann vielleicht nicht ganz so viel umsetzen, wie man sich wünscht oder fühlt sich vielleicht ein bisschen müde, ein bisschen erschöpfter und da geht es eben auch noch einmal darum, klar zu unterscheiden, was ist dir denn wichtig, Struktur reinzubringen und aus dieser Klarheit heraus zu schöpfen, also nicht zu viel so in Träumereien zu sein. Was vielleicht auch ganz gut ist, wenn dieser Saturn tut unsere sehr romantische Venus, die in diesen Tagen jetzt wirksam ist, vielleicht ein bisschen auch einem Realitäts-Check unterziehen. Also so würde ich das mal sagen. Also das ist gar nicht so schlecht. Jo, also das wären mal so Aspekte im Juni, wenn man drüber schaut. Ich freue mich natürlich über deine Kommentare. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du auch vielleicht gewisse Zeiten erlebt hast, was sich bei dir getan hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Wenn du eine persönliche Beratung möchtest oder eine Interpretation deines Horoskops, schau einfach mal auf meine Homepage vorbei. Da findest du verschiedene Angebote. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit, einen wunderschönen Juni aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Bis bald. Tschüss. Dein Oliver Ereni. Dein Oliver Ereni. Dein Oliver Ereni. Dein Oliver Ereni.